Wir werden nun genau zu dieser Reinigung des Körpers die nächste Himmelsrichtung, das Feuer, rufen. Das Feuer, das regenerierende Feuer der Mutter Erde, das Magma, das Erdfeuer, das nun aufsteigen wird. Und die Erdenergie, das Feuer, das alles Alte verbrennen lässt, das noch mehr Wasser in euch Platz hat, in euren Zellen zur Regeneration. Somit wird nun das Feuer kommen. Magst du dich da vorne dazusetzen, Schell? Haha! Ja! Hier ist der Körpers. Ja, hier ist der Körpers. Ja, hier ist der Körpers. Hier ist der Körpers. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020